Auf, so'n Krach zu machen! Woho, woho! Muss jetzt hier einer merken, wo das alles hingeschmissen wird? Ahaha! Oh, was ist denn? Das? Ich kann auch damit zuschlagen? Okay. Na, na, bitte, na! Woho! Woho! Get the water! Sack! Wer läuft denn da noch? Lara, du lebst noch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo! Komm rauf, dann holen wir sie da raus! Von hier aus komm' ich nicht rauf! Ja, verdammt! Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung! Okay! Vielleicht kommen sie ja damit über die andere Seite! Ja, okay, das dürfte möglich sein! Okay! Schon unterwegs! Ist klar! Ja! Ja! Bitte habt diesmal... Natürlich sind alle anderen wieder respawned! Äh, despawned! So! Bisschen schrot! Ich will mir lieber was für richtige Waffen! Meiner Pistole! Oder halt, äh, mein Maschinengewehr! Aber naja! Ich will erstmal gucken! Was haben wir denn hier? So, äh... Da drüben auf den Armen dürfte was, äh, sind! Ja, ne ist's klar! Ich kann da ho... Ich kann da nicht hochklettern! Jaaa! Seh ich zwar irgendwie nicht! So! Irgendwo, das ich nicht angezeigt hab, egal! Ich hab's! Ja, ich hab's! Ich hab noch was! So, ähm... Kann ich hier eigentlich überhaupt irgendwo lang klettern? Oder ist mir alles verboten? Äh, nö, 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 da war ne Leiter, die euch auch jetzt weg ist... Naja! Moment, versuchen wir's mal so! Spring! Ach so! Auf einmal geht's, ne? So, gib mir bitte hier... Gib mir... Gib mir Bergungsgut! Yes! Ja, ja! So... Oh, oh, oh! Was haben wir hier? Hier haben wir nix! Hier haben wir... Leben! 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 Erfahrung! Erfahrung! Erfahrung gemeint! Immerhin was! Was? Wer möchte auch mal Dude machen? Duuuu! Okay! Ich schwöre, ich hab davon nie was gelesen oder gehört, dass es sowas gibt! Und das war Rainer, Apora und vor allen Dingen Pora und Rainer! Zufall! Moment, ich bin jetzt hier auf dem Gebäude und eigentlich müsste jetzt da drüben auch ein Gebäude sein, wo es noch was versteckt gibt. Und ja, da drüben in dem Gebäude. Da unten ist aber Muni und die ist mir gerade sehr wichtig. Was ist hier? Ah, ich... Ah, hier ist es. Hier ist hier. Oh, hier. Hier ist hier, ja. Okay. Ich komm hier oben drüber irgendwo hin. Ich komm da rüber. Will ich schon da rüber? Ich will da unten, glaub ich, erstmal hin, weil da unten ist ein Buch. Und da unten hat irgendwas geklitzert, glaub ich zumindest. Glitzer? Komm, klitzere nochmal. Da drüben muss irgendwas sein, weil hier ist was. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Autsch, okay. Stirb, Busch! Ja. Das ist die harte Windis! Feierresistente Büsche! Das ist die harte Windis! Ja, das muss erst mal abkühlen. So heiß kann man es ja nicht essen. Ah, nam 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 nam. Tschikan! Halt, halt! Ich komm hier runter, will ich nicht buchen, was vergesse ich? Ich komm hier runter, will ich nicht buchen. Ja. Ja. Äh, hi. Kann man hier eigentlich auch... Ja. Das war zwar jetzt ein bisschen übertrieben, aber ich wollte wissen, ob das geht. Ja. 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 Das war die Schatzkarte. Das war die Schatzkarte. Ach, doch kann ich aufmachen. Okay, geh auf, geh auf, geh auf. Gib mir. Ach so. immer so gibt danke so haben wir jetzt bergung gut will ich da hoch ich glaube ich würde auch ich will einfach überall hin wird alles vor allem ich will muni das hier bringt mir gerade überhaupt nichts aber ich bin immerhin dahin gesprungen moment wenn ich jetzt hier längst könnte ich nicht also will ich auf jeden fall da hoch weil dann kann ich hier die ganzen anderen sachen auch noch holen moni wenn ich muss schicken muschi muschiengewehr ja das muschiengewehr erkennt es nicht das muschiengewehr ich glaube ich gleich meine aufnahme raus machen ich bin schon fertig fertig durch die hoch da oben ist ein lager kleinen moment so nach einer kurzen unterbrechung wieder zurück ja wenn die verwandtschaft familie ruft dann muss man natürlich ein bisschen folgen und hatte ich gerade gegner gehört da ist sie was was wo 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 seid ihr was wie wo da drüben sag das doch ja perfekte position ausgesucht au ja ok ok what nein kollasia so leicht nicht wo bist du arsch und und hier überhaupt sind malchen ich glaube nehme ich irgendwie nicht das war richtig zu plüten dieser gold lackierte inruhe enthält schreibgerät und eingetrocknete tinte wahrscheinlich eigentum eines hochschreibers oder historikers interessant was sie alles voll geldbeutel hatten und jeder mit eigenem design mensch kann man hier irgendwie eigentlich anders hoch um ihn anzumöcheln legen auf warte bitte sagt mir dass er tot ist was zum Stopp doch endlich! Meine Güte, du brennst! Alter! Halt, hier ist Munition. Schrot! Egal, ist auf jeden Fall Muni. Äh, da drüben ist auf jeden Fall noch was, also wich da rüber. Ah, es war echt unheimlich, wie der Ene explodiert, verbrennt, also erst mal verbrennt, explodiert und dann plötzlich hier rüber läuft. Wow! Achtung! What the... Okay... Das war aber nicht nett Outsiderin, ey Mobbt mich doch nicht deshalb Aus nächster Nähe hilft immer einer Shotgun Neckarm, Neckarm Alles klar Immer mit Granaten, ist ja unfair Versuch sie zu gehen Okay, suchen wir sie Versuch sie zu umgehen Versuch sie zu umgehen Versuch sie zu umgehen Dynamitstange hasse Na komm, zeig deinen Kopf Tja, ne Wie schmeckt deine eigene Dynamitstange? Woah Oh 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 Gut Wiss Weight Ich krieg dich.